Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso landet mein Foto auf einer Website für vermisste Personen? Falls das wahr ist, wer sind dann die Leute, mit denen du zusammenlebst? Mrs. Harper? Ja? Wir hätten ein paar Fragen bezüglich Ihres Sohnes Nathan. Runter, Junge! Lauf! Nathan Price ist eine sehr begehrte Person. Er ist letzte Nacht einem Angriff entkommen. Uns bleiben 36 Stunden, den Jungen zu finden, bevor die es tun. In meiner Nähe sterben plötzlich alle. Du musst hier verschwinden. Wer sind sie? Eine Freundin deines Vaters. Deines leiblichen Vaters. Ich will die Aufzeichnung von jeder Überwachungskamera. Spürt seine Freunde auf. Die lautet mein richtiger Name. Die lautet mein richtiger Name. Macht jeden aus, wenn ich mit dem er jemals gesprochen hat. Was sind das für Typen? Denen kann man nicht trauen. Nathan, hör mir zu. Wir werden dich finden. Nicht, wenn ich euch zuerst finde. Wow. Ganz egal, wer die sind und was sie auch wollen. Ich muss sie aufhalten. Du hast etwas, das mir gehört. Es ist dann der Zeit, es zurückzugeben. Was hast du jetzt vor, Nathan? Vertrau mir. Wenn du ohne Regeln spielen willst, dann mach dich besser auf einiges gefasst.